Hallo liebe KeyCAD-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die KeyCAD-Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, abschließend zum Schaltplan dann noch dieses Video, wo wir nochmal die wichtigsten Tasten, Kombinationen und Buttons erklären. Wir haben also jetzt unseren Schaltplan, wir haben gelernt, dass wir über die Taste A Symbole hinzufügen können. Hier eingegeben zum Beispiel der Resistor, wir haben gesagt, dass wir über eine Wildcard hier noch zum Beispiel die Suche etwas erweitern können. Ich nehme hier mal das Potentiometer, wenn wir dann auf OK klicken, liegt das hier entsprechend an der Maus und ich kann es jetzt irgendwo hier in meinem Schaltplan positionieren. Die nächste Taste war die Taste Rotate für Rotieren. Damit kann ich also mein Bauteil drehen. Ich kann es dann entsprechend, wenn ich einmal klicke, mit Linksklick ablegen und es hängt sofort wieder ein zweites Bauteil dran. Also ich könnte jetzt hier noch ein weiteres Potentiometer ablegen oder wenn ich hier Escape drücke, einmal bin ich noch im Werkzeug drin, kann ich wieder klicken und mir jetzt hier zum Beispiel ein anderes Symbol aussuchen. Oder ich gehe hier auf Abbrechen, drücke nochmals Escape oder zweimal hintereinander Escape. Damit bin ich wieder im Auswahlmodus. Dann haben wir gesehen, ich kann hier mit einer Maus über das Element drüber gehen. Die nächste Funktion, die wir haben, ist die Taste M für Move. Ich kann das dann entsprechend, sobald ich die Taste gedrückt habe, bewegen. Klicke ich wieder, liegt es wieder auf der alten Stelle. Alternativ erreiche ich das hier auch M über dieses Kontextmenü mit Rechtsklick. Dann haben wir gesagt, können wir hier Werte ändern, indem wir auf die Taste V drücken für Value. Dann habe ich hier entsprechend meine Eingabe und ich könnte jetzt sagen, das ist ein 100k Potentiometer und schon wird das geändert. Alternativ dazu die Taste E. Hier komme ich in die gesamten Einstellungen von dem entsprechenden Symbol. Ich kann jetzt hier also das gesamte Symbol in all seinen Eigenschaften bearbeiten. Auch hier kann ich mir nochmal die Pin-Funktionen anschauen. Sehen wir, dass das jetzt hier zum Beispiel aus passiven Pins besteht. Wir brechen hier an dieser Stelle ab. Das waren also die Tasten. Dann haben wir gelernt, hier über diese drei Button kann ich jetzt die Zeichnungsmodi einstellen. Und ich kann über diesen Button oder über die Taste W für Wire anfangen, entsprechende Linien oder Verbindungen zwischen Elementen zu zeichnen. Dazu gehe ich jetzt hier mal drauf. Wir sehen, auf diesen Pins wird hier direkt das Auswahlwerkzeug Wire zeichnen ausgewählt. Und ich klicke hier drauf und kann jetzt hier mein Wire bewegen. Klicke ich einmal, wird hier auf diesen Punkt abgelegt oder fixiert und ich kann entsprechend weiterzeichnen, entsprechend meines Zeichenmodis. Wir sehen, ich bin jetzt hier im Zeichenmodus 90 Grad Winkel. Den kann ich aber auch ändern. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel hier solche Schrägen zeichnen. 45 Grad Winkel alternativ, was ich nicht empfehle, wäre jetzt das sogenannte freie Zeichnen. Jetzt kann ich hier also jeden x-beliebigen Winkel malen. Dadurch wird aber natürlich mein Schaltplan recht unübersichtlich. Und wenn ich das hier einmal ablegen möchte, könnte ich jetzt sagen, Doppelklick drauf machen. Wir sehen, hier wird das dann auch gleich noch automatisch verbunden, diese Kreuzung. Im Freizeichenmodus würde ich das jetzt hier ablegen, könnte an dieser Stelle dann aber auch wieder weiterzeichnen, wenn ich das möchte. Wir gehen hier wieder in unseren 90 Grad Zeichenmodus. Dann habe ich gesagt, können wir markieren. Beim Markieren von rechts unten nach links oben wird alles ausgewählt, was nur berührt wird. Wenn ich das jetzt hier loslasse, sehen wir, werden diese beiden Teile dieser Linien hier ausgewählt, obwohl sie nur berührt waren. Wenn ich das anders herum mache, wenn ich markiere, also linke Maustaste gedrückt halten, von links oben nach rechts unten, wird nur das ausgewählt, was komplett eingeschlossen ist. Wir sehen das jetzt hier oben, das ist also nur diese waagerechte Linie. Sobald ich die loslasse, wird nur diese waagerechte Linie ausgewählt, die hier komplett umschlossen ist. Die beiden anderen senkrechten in dem Fall nicht. Dann haben wir als nächstes gelernt, dass wir Netze hervorheben können. Das können wir hier mit diesem Button rechts tun. Indem ich hier draufklicke, wird jetzt alles mit diesem Netz entsprechend hervorgehoben. Mit Escape beenden, zweimal klicken, wird das entsprechend wieder ausgeschaltet. Wir haben gelernt, dass es Netzklassen gibt, dass wir diese Netzklassen hier oben über diese Auswahlmenü uns anlegen können und entsprechend einstellen können und editieren können. Wir haben gelernt, dass wir hier über den Netzklassenanweisungsbezeichner entsprechend diese Netzklassen hier zuweisen können. So haben wir hier unseren farbigen Schaltplan erreicht. Dann haben wir gelernt, dass wir mit der Taste P für Power-Symbole unsere Power-Symbole hier zuweisen können. Eben in dem Fall hier zum Beispiel die 5 Volt. Das Vorgehen war das gleiche wie bei den Symbolen. Mit OK hängt das eben hier dann an der Maus und ich kann das eben auch hier wieder entsprechend ablegen. Mehrmals mit der Taste R kann ich es dann auch entsprechend drehen. Wir können hier mit Rückgängig oder STRG Z das entsprechend wieder rückgängig machen und haben jetzt hier die Spannungsversorgung angeschlossen. Dann haben wir ein Sondervideo gemacht zum Power-Flag, weil wir hier mitgeteilt haben, dass wir jetzt hier KeyCAD mitteilen, dass diese passiven Pins an diesem Symbol eben jetzt so in Ordnung gehen. Wir können hier nochmal auf das Element drauf gehen, sagen über Eigenschaften, Pin-Funktionen kann ich mir das anzeigen lassen. Das sind also passive Pins und jetzt sagt KeyCAD, wenn hier eine Spannung dran liegt, kann aus einem passiven Pin keine Spannung kommen und mit diesem Power-Flag teilen wir KeyCAD hier mit, dass das so in Ordnung ist. Dazu hatte ich ja das Video bereits gemacht. Dann haben wir den Button für die Annotationen gewählt. Wir haben also hier unseren Schaltplan annotiert, entsprechend unseren Vorgaben aus dieser Matrix. Dadurch wurde dann hier aus dem D-Fragezeichen eben ein D1, D2, R1, R2 etc. Wir haben anschließend einen DRC-Check laufen lassen. Wir sehen jetzt, dass der Schaltplan nicht vollständig annotiert ist. Auch das hatte ich ja bereits erwähnt. Wenn ich nämlich irgendwas an einem Schaltplan weiterarbeite, lasse ich immer vorher mal den ERC-Check laufen, einfach um festzustellen, sind da Fehler drin. Und hier werden wir schon darauf hingewiesen. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier dieses neue Element eingefügt habe. Also sehen wir jetzt hier den ERC-Check starten. Und wir sehen, dass jetzt hier eine ganze Menge Fehler auftauchen durch diese schnelle Zeichnung, die ich hier mal gemacht habe. So, an dieser Stelle müsste ich jetzt sofort oder merke ich sofort, dass ich jetzt hier einen Fehler im Schaltplan habe. In dem Fall können wir das jetzt hier einfach mal entfernen, indem ich das markiere und entfernen drücke. Wir lassen eben nochmal den ERC, halt nicht die Annotierung, sondern den ERC-Check laufen und lassen das nochmal durchlaufen. Wir sehen, jetzt passt unser Schaltplan wieder. Keine Fehler, alles in Ordnung. Damit haben wir jetzt den Schaltplan soweit fertig. Dann haben wir als nächstes gelernt, dass wir Footprints zuweisen. Das ist jetzt hier über diese Bauteilzuweisung. Wir haben dann gelernt, wie wir hier über Filter und entsprechende Bezeichnungen die Footprints auswählen. Insbesondere hier aufpassen bei den Transistoren, also nicht bei den Footprints hier, nicht nach BC 548 suchen, sondern im Datenblatt schauen, welches Package hat dieser 548. In dem Fall das TO92 und dann kann ich hier über TO92 mir mein entsprechendes Package raussuchen und das dann mit Doppelklick hier zuweisen. Soweit dazu. Jetzt ist unser Schaltplan soweit fertig und wir können jetzt in die Erstellung der Platine einsteigen. Danke für die Aufmerksamkeit.